Hallo liebe YouTube-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Memoranda. Wir sind hier im Cottage, gucken zu wie die Spaghetti kochen und haben endlich, nach dem ellenlangen Kartoffel-Stempel-Rätsel, die Humanimal Potion. Und los geht's damit. Ich wurde verabred. Was ist da irgendwas? Das ist doch finnisch rückwärts, oder? Das ist ein Spaghetti-Man. Okay, wir wurden also nur dazu verdonnert, diesen Trank zu besuchen, damit er in Ruhe Spaghetti kochen kann. Hm, kann ich auch irgendwie verstehen. Und dann wird vielleicht wieder mein alter Gedanke wach. Nein, der Gedanke wurde auf jeden Fall wach, aber vielleicht wird er jetzt richtig. Nämlich, dass der hier uns endlich mal verrät, wie man mit Tieren sprechen kann. Nein, nein, er sagt immer noch das Gleiche. Dann müssen wir nun mal ein Foto vom Elefanten machen. Nein, nein, der Elefant ist halb menschlich. Das ist, warum er immer seine Zeit hier spendet. Was? Okay. Hey, 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 I don't want you to photograph my personal life. If you really like photography, go down this road and you'll see a 200-year-old tree. You can take as many photos of that as you want. Oh, wie. Okay. Verrückt. Ähm. Können wir den noch fotografieren? Vielleicht ist der auch halb irgendein Tier? Nein. Ja, ja, du hast mir schon mal gesagt. Ich verstehe. Wir. Ist die Ratte da? Vielleicht ist das Tier auch ein halbes Rädchen? Nein. Ich würde jetzt gerne doch noch einmal kurz schauen, ob er jetzt... Oh, nee, wir haben das Fotogramm im Inventar, oder was? Okay, okay, okay. Hier. Alter Baum. Alter Schwede. Hi, Scarecrow. Maybe you can talk too. Of course I can, but I'm not supposed to. How come the Owls are not afraid of you? I shouldn't speak. Otherwise I'd have to stay as Scarecrow even longer. Ja, sie kann so sprechen, aber sie... ...sollte das natürlich nicht machen. Weil sie sonst nicht mehr... ...glaubwürdige... ...Scarecrow? Wie heißt das? Kränscheuche? Vogelscheuche? Maybe you can talk too. Of course I can. Okay, sagt nichts anderes. Hallo, ihr Eulen. Look at them with their big eyes staring at me. Seid ihr echt Eulen? Ja. Was ich dir immer so streng antworten muss. The frogs used to sit on lily pads and sing. I haven't seen them in a while, though. Nein, wegen der Eulen traut sich der Frosch nicht her. Ja. Na stimmt, das haben wir dann im Intro gesehen, ne? Hier ist noch was. Dried grass. Maybe I can impress Chris with a bunch of grass. Und wer war nochmal Chris? Mann, Mann, Mann. Hier, wir machen dich jetzt gruseliger. Ja. Some people get lucky and make it. But I... Nein. Tree. Eulen. Kein Frosch da. In die Sumpf können wir jetzt gehen. Ah so. Ah, mir ist froh. Der See der 200 Frösche Tja, was ist cooler, diese Uhr oder eine Smartwatch? Wir können endlich die Flasche voll machen Nein, hier Was war da? Noch was? Empty Bucket Ah, so doof war die Idee gar nicht Jetzt können wir den Garten der Ratte endlich gießen Was? Nein Noch ein Gegenstand, den ich gesehen habe Nein, da, Bambus Bamboo Aha, was wir da noch bauen müssen Okay So, Ratte Ich habe Wasser Ist zwar nicht so nachgefragt, aber Wir machen zuerst das da rein Wir Ja Es wurde davon eindeutig gesagt, dass hier Wasser fehlt Hier brauchst du Wasser Ich habe gerne eine schöne Idee Schöne Idee Nein Ist hier was? Neues Nein Spaghetti machen Nein, es ist wie Falten hier Und du, was hast du dazu zu sagen? I'm tired of this. The elephant could just try to learn my language and work to be friends. Kind Horace Keen Ja, ehrlich, dann soll man meins, 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 meine Sprache lernen. Meins, meins, meins. So. Und jetzt löschen wir das Feuer, weil es so nervt. Das ist sehr logisch. Maybe I would have done it. Feier. I don't like people who quickly gather round a fire without... Brennt das? Brennt das? Oh. Möchtest du nicht ein bisschen abwechseln? Ich bin schon. Ich bin schonmal die Zeit, dass ich meine Fertigte mit einem scharmen Knie kreieren, mit einem scharfen Knie zu fangen und ins Meer stecken. Das ist eine verrückte Fantasie. Oder ein Meer am Rand. Vielleicht solltest du deine Mutter, dich zu einem warmen, sannigen Stadt eine Zeit. Es ist auch schwer, als meine Fertigte kreieren, dass meine Mutter aus dieser Stadt, die sie so sehr liebt. Ich hoffe, du fühlst dir besser, die nächste Zeit, ich dich zu sehen. Ich könnte nächste Zeit schwimmen. Und ich kann dir dabei helfen. Nimm dies. Und wehrt zum Fisch. Ich nicht. Und wenn wir mit dem Foto beweisen, dass ein halber Fisch... Verdammt. Also der ist schon halber Aal, oder was? Dann kannst du das doch nehmen. Lass mal was drin, ich hab ein paar Ideen damit. Geh mit. Geh wieder her, geh wieder her. Geh wieder her. Oh, geht los. So, jetzt kann ich den Trichter nehmen. Für auch immer. Oh, ein Jagdmesser. Und die Bottle. Wieso? Wir lassen uns unseren Müller lieben. Wir lassen uns unseren Müller lieben. Ich habe vergessen, was Vanya gesagt hat. Sie sagte, sie hat eine neue Version von der Song, How Deep Is The Ocean. Hier ist doch eine Erinnerung mit einem Namen. Okay, ähm. Zuerst mal löschen wir das Feuer. Nein. Dann schneiden wir uns... ...den... ...den Anker ab. Beziehungsweise natürlich... ...das Rope. Das Seil. Sehr gut. Was haben wir, Henry? Was ich dich mal fragen wollte. Nein. Okay. Jetzt haben wir ein Seil und ein neues Haus auf der Karte. Vanyas Café. Das ist aber eine Erinnerung mit dem Namen. Moment. Moment. Hier, ich kann mich an Vanya erinnern. Nein. Nein. Okay, nein. Noch nicht. Zum Café. Was ist das? Ja. Hallo Vanya. Der Lieblingskunde, oder einer der Lieblingskunde? Nein. Wie war's, die Musik? Wie war's? Okay, ganz tolles Musikgeschmack. Was war's. Wie war's? Ach so. Okay. Okay, hier ist das perfekte Paar. Ja, der Bücher wohl. Was hast du denn, Peter? Ich kann es nicht helfen. Erstens, ich habe die Wetterbewegung und es sagt, dass es ein Typhoon nicht sein wird für mindestens zwei Wochen. Das bedeutet, keine Züge für mich. Das ist wirklich nicht ein großes Problem. Dann, ich hatte eine Realisation, dass ich kein Typhoon kam. Ich habe nicht geholfen in eine Party, eine Social-Event, nicht sogar ein Funeral, für ich weiß, wie lange. Ich wusste, dass das Blacksuit-Suit-Suit-Suit wäre. Also, ich trank alles, was ich in der Küche hatte. Zwei Dosen Bier. Okay, ich hätte gerne was zu essen, aber hat kein Geld mehr. Und er ist, glaube ich, auch sehr heftet hier irgendwie. Er? Nein. Okay. Manja, gib uns mal was zu essen. Können wir mal was zu essen? Natürlich, liebte, was auch immer du brauchst. Können wir eine Kappe von diesem unglaublichen Peanut-Punch von meinem Freund, Peter? Ich würde gerne, liebte, liebte, aber ich kann es nicht mehr für frei machen. Jeden Tag bringt er einen neuen Freund. Und er hat viele Freunde. Ich sollte da ein No-Freebie-Signal legen. Okay, Geschenk gibt's nichts. Wenn er auf dem Krieg versuche, kann er endlich gehen. Okay, Kathleen und Stephanie kommen gleich. Das Klopfen nervt langsam, mein Freund. Okay. Er muss weg. Okay. Er muss weg. Okay. Peter, warum nicht du nicht nachdenken, wenn du ein Job hast, wasst du dein Zeitpunkt in Cafes und Bars? Actually, ich bin nur ein Break zwischen zwei sehr wichtiges Jobs. Believe mich. Was ist passiert? Okay. Wir brauchen einen Job. Oder wir brauchen einen Rope mit einem Sack? Magischer Piraten-Tabak? Okay, wie kriegt man den da weg? Hm, ja, Jogi weiß man ein bisschen was. Okay. Okay. Haben wir noch was? Wir haben noch... Oh. Das Menü. Poster? Ja. Und Auntie? Will ich reden? Das war's meine echte Tante? Das war's meine echte Tante. Oh, sie fühlt sich nicht alleine gelassen. Oh, die ist aber böse. Okay. Okay. So. Ob wir damit... den Piraten... vertreiben können. Hier, nimm deinen Tabak und geh. If you promise to leave me alone, I will give you something I'm sure you'll like. Sure. If it's something useful, you can count on the words of an old sailor. Ich will kurz testen, ob's der echte Tabak ist. Der Brinale. Ich kann nicht so richtig glauben, dass ich so etwas finden konnte. Aber er hat nicht so richtig glauben können, wie ich so etwas finden konnte. Aber er hat nicht so richtig glauben können, wie ich so etwas finden konnte. Ja, er ist ein bisschen wahnsinnig. Aber er hat jetzt den Tabak. Und er geht weg. Ja, bald komm ich. I won't do any favors for Peter anymore. The Peanut Punch will be the last. Ocelos Garn? Genau. Ähm... Der Fischmann ist frei. Und ich hab immer noch nichts was mit meinem... Mit meinem Namens tun das so. Okay, wir waren da. So. Ja, doch. Uh. Vorhin gesagt, dass er Jobs hat. Ach, der hat den verraten, oder was? Okay. Was haben wir denn noch? Nein, jetzt nichts. Sei... Kümmer dann. Nein. Was ist denn jetzt noch? Ja, die drei sind weg. Okay. Wo ich die Anseite gekauft habe, dass der eine mir verraten kann, wie man mit Tieren sprechen kann. Wir können schlafen gehen, oder was? Können wir endlich schlafen gehen? Die Musik läuft ja immer noch. Bisschen schneller vielleicht, oder? Nee. Nee, aber gut. So, schlafen. Tatsache. Endlich. Oh. Moriko. Strange device. Forrest. Ach, Moriko. Mit dir ist da was passiert, was schrecklich ist. Moriko? Ist das du? Ich dachte, ich würde dich nie wieder sehen. Ja, es ist Musiky. Und ich bin sicher, dass du nie hier bist. Ich bin sicher, dass du hier nie gedacht hast. Ich versuche, dass du hier hierherbenst. Ich wollte dich dafür, dass du hierherher gezogen hast. Ich wollte dir, dass du mir geholfenstst. und mein secret. Ich meine secret. Aber ich bin nicht sicher, was secret du sprachst. Vielleicht, du wirst du es nicht wissen, dass du es ein secret. Ich würde nicht sagen, dass du es nicht einmal zu sagen. Aber du hast, dass du uns immer sehr stolz und stolz. Ich würde dich nicht sagen, dass du es nicht glaubst. Du war der Person jeden warst, dass du es. Okay, sie war immer... eifersüchtig. Sie hat viele Katzen mit hier. Okay, die Katzen pressen die Zahlen, finden das gut und werden immer fatter. Okay, Moriko, hast du noch was zu sagen? Nein. I didn't want anyone other than you to find out. I was extremely jealous of someone. Even if I had told anybody that you wouldn't believe it. Er war sehr sehr eifersüchtig und hatte... das ist ein großes Geheimnis? Okay, gib mir mal das device. I think I've seen this device in the newspaper articles about the city of Mercury and Katz. There are some weird noises coming out of this. It sounds like all the forest animals have recorded themselves in here. Okay, merkwürdige Geräusche. Haben wir hier noch was? Nein, wir gehen in ALT. Zu denen. So. Strange device. Ach, das ist auch irrelevant. Strange device. There are some weird noises coming out of this. I have here noch was. Cat, cat, cat. Tree. Tree. I don't think it can lay on a branch. I have tied it so tight that I can't pick it up again. Okay, sie kann sich nochmal mitnehmen. I think it should stay tied to the tree. Translator? Ist das das? Ist das? Ist das? I think. Just a moment. Ehe? One. 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 EIGHT. Five. Two. Three. One two three. Four. Six. Nee. EIGHT. Moment. One two three. Four. Six. 5, 5, 6, 4, 8, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 8, okay. Ich hab's schon vergessen. 6, ich bin so doof. Nochmal. Hoffentlich bringt das auch irgendwas. 4 5 6 7 8 Ist das zufall? Oder passiert hier was? 3 Translator 3 4 5 6 7 8 Und was bringt mir das jetzt? Hallo? Jetzt habe ich in Katzisch 1-8 Eher brennen das mal weg Gib mir den wieder Habe ich jetzt was? Nein Ja Ok Wir können jetzt Katzensprache hier übersetzen Aber haben das Ding so fest hier dran gewonnen Dass wir es nur hier benutzen können Ich habe aber auch natürlich keinen Rekorder Um zum Beispiel die Elefantensprache mal aufzunehmen Das war vollkommen sinnlos eventuell Was wir damit anfangen Seht ihr in der nächsten Folge Abonniert meinen Kanal damit ihr sie nicht verpasst Vielen Dank fürs zuschauen Bis dahin Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal